Also ich höre es so, wie ich es höre. Ich habe keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit ist. Also sie hat da jetzt keinen Hehl draus gemacht, dass sie nicht hört. Sondern sie hat gleich die Karte auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du, wenn du mit mir redest, dann musst du mich anschauen, sonst verstehe ich dich nicht. Ich erinnere mich mehr an die Sprachübungen als an die Spiele mit den Kindern. Schau mal, ich mache es so, dann mache ich es so. Genau. Und zum Himmel. Ich habe das Telefon gesehen mit den lauter Knöpfen. Und dann weiß man nicht einmal das Einfachste, wie man ein Telefon bedient, wenn man es ja nebenlang nicht macht. Das Sessel macht alleine schon Geräusche. Das Rascheln von Papier. Und dann haben die Sprach pumpkin. Dasydi du, ich weiß. Wir da gew��leben. Und dann acht machen mein Glider. Und dann machen die Sprach armour Cameouell zu wollen. Vielen Dank.